Die Oma ist in der Kirche. Ja, nicht ein wenig zieht jetzt. Das heißt ja immer, geräuchert Fleisch hält länger. Da habe ich auf meinem Lanzpulto kann ich immer mit Püffi an. Gut, da kommt auch auf ein bisschen Mähqualm nicht an. Einfach in deine elektrischen Autos Geld. Rauchen verboten! Wahrscheinlich, weil die keinen Auspuff haben. Was soll's? Ich habe ja gesehen, die Predigt dauert sowieso viel länger. Rauche ich halt hin.